Es gab mal wieder einen neuen Community Crunch, neue Modsworten vorgestellt und wie es immer so ist bei diesen ganzen Videos, die Mods werden immer übelst schön dargestellt im Foto-Modus und was weiß ich nicht alles, aber was die Mods wirklich können und ob sie Potenzial haben etc. Das seht ihr jetzt hier. Ich habe mir mal wieder zwei davon rausgepickt. Kommen wir zu der zweiten Mod und zwar Ladies Feast and Farming Crossplay Mod und von dieser Mod bin ich sehr sehr begeistert und ich glaube die schauen wir uns öfters nochmal an. Denn was haben wir? Wir haben hier so eine, ich nenne es mal Crafting Station. Hier drin könnt ihr alles craften. Also ihr seht schon die ganzen Items, die hier eingefügt wurden. Sehr sehr schade von meiner Seite aus. Das typische Problem, alles kostet mehr oder weniger gleich viel, also 5 Holz, 10 Holz etc. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig für eine Kuh 10 Holz zu bezahlen. Ich fände es echt schön, wenn man die anpassen könnte. Man kann sie aber nicht anpassen, denn auch hier ist den Server-Admins kein Ngram gegeben. Also wenn ich jetzt hier Cow eingebe oder irgendwas oder Chicken oder irgendwas, es gibt keine Ngrams dafür. Die Angrams sind halt nur in dieser Werkbank. Die Werkbank hat sozusagen einen Kostenpunkt. Können wir mal kurz gucken. Hier, ihr craftet sie ebenfalls mit 5 Holz und das macht eine Mod in meinen Augen halt jedes Mal übelst unbalanced. Hier sollte es die Möglichkeit geben, dass man die Crafting Kosten anpasst. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wen es triggert, guckt es euch halt nicht an. Ich bin halt leider so ein Mensch, der findet sehr schnell Fehler und ich breche sie dann eben auch an. Ansonsten könnt ihr in dieser Mod das ganze Zeug hier bauen. Ich zeige es euch mal kurz. Ich zeige es euch mal im Foto-Modus. Das sieht immer schöner aus. Habt ihr halt verschiedene Crafting-Stationen, Hühner, Kühe. Und könnt auch in diesen ganzen Mods verschiedene Dinge anbauen. Und das finde ich halt mega, mega cool. Also optisch sieht es halt richtig nice aus. Feier ich extrem. Und jeder, der so ein bisschen Farming-Feeling haben möchte, also ich glaube, das ist wohl klar, dass das eine reine PvE-Mod ist. Aber jeder, der gerne Farmspiele gespielt hat, wird mit dieser Mod wahrscheinlich in Zukunft auch sehr, sehr glücklich werden. Und ich werde sie bei uns ebenfalls mal vorschlagen, ob sie denn gewollt ist. Denn ich finde sie richtig schön. Gucken wir uns jetzt mal an, was es hier Schönes gibt. Und zwar, hier drinnen könnt ihr Seeds craften. Und zwar echt viele. Verdammt viele. Das sind 70 Seeds, glaube ich. Und die seht ihr hier hinten. Ihr könnt die nur in den eigenen Crop-Plots dafür anbauen. Ja gut, hier sehen wir gerade, die Struktur wackelt irgendwie noch ein bisschen komisch. Egal. Es ist Early Access. Da und da muss man halt einfach noch ein bisschen optimieren. Und ansonsten könnten wir jetzt hier sagen, Harvest Crop. So, bam. Wir haben 45 Äpfel geharvestet. Und 45 Samen. Die Samen craftet ihr aus allen möglichen Samen. Also ihr könnt ja einfach irgendwelche Samen reinschmeißen. Und könntet jetzt hier, ihr seht schon, 46 von 50 sind hier drin. Das Essen selbst. Gibt euch aktuell noch keine Buffs. Ist aber in Planung. Allgemein, ich kann euch mal ganz kurz vorlesen, was hier in Planung noch ist. Ein Brau-System. Feier ich extrem. Hatten wir damals auf unserem Minecraft-Server auch in Planung. Buffs für die einzelnen Rezepte. Finde ich cool, solange sie nicht OP werden. Oder man sie auch von Admin-Seite aus anpassen kann. Mehr Rezepte natürlich. Und mehr Crop-Plot-Varianten. Also die Idee dahinter ist, sozusagen ein komplettes Farming-System aufzubauen. Und das finde ich mega, mega nice. Eventuell kann man daraus vielleicht auch einen RP-Server machen. Handel betreiben. Oder, oder, oder. Wie gesagt, aber nur unter der Option, dass die Rezepte halt anpassbar sind. Ansonsten wird das RP-Technisch halt sehr, sehr schwierig. Ansonsten haben wir hier verschiedene Öle zum Craften. Also ihr seht schon, ihr braucht dann hier auch jedes Mal diese ganzen Items dafür. Bei den Hühnern könnt ihr euch Eier raus. Hohlen, ne, ganz klar. Hier habt ihr im Endeffekt eine Kuh mit Milch und so weiter. Käse, Sahne, was weiß ich nicht alles. Fleischsorten. Könnt ihr verdammt viele Fleischsorten hier machen. Und ja, Crop-Plots, wie gesagt. Wichtig bei den Crop-Plots, für alle, die auf das Problem stoßen. Ich habe auch schon einen Kommentar in den zwei Kurzwort drunter gelassen, denn das wurde nirgendwo beschrieben. Wenn ihr etwas anbauen möchtet, legt es euch auf den Slot 0, geht an den Crop-Plot und erst dann habt ihr die Option, dass ihr jetzt hier... Ich kann den Crop nicht removen. Null. Jetzt wird es witzig. Warum kann ich den Crop nicht removen? Wir haben ja, by the way, auch so eine Hake. Bei der habe ich aber ganz ehrlich immer noch gar keinen Nutzen herausgefunden. Also sie macht halt irgendwie nichts. Das ist einfach nur eine angepasste Picke. Okay, keine Ahnung, wie man Crop sie da entfernt. Die Option kommt vielleicht noch. I don't know. Ich weiß, welche sind jetzt der richtige, welche nicht. Das hier ist, glaube ich, der. So, wenn ihr nämlich, wie gesagt, den Samen auf Slot 0 gelegt habt, könnt ihr erst jetzt den Samen noch einfügen. Wasser benötigt ihr nicht. Dünger benötigt ihr nicht. Das heißt, die wachsen von ganz alleine. Ja, kann man finden, wie man möchte. Ich fände es cool, wenn sie schon Wasser benötigen würden und so weiter. Da, wie gesagt, auch hier ist es Early Access. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Kann bestimmt noch kommen. Ansonsten, die Idee finde ich mega, mega nice. Wir können uns ganz kurz hier noch mal die Gewürze angucken. Die gibt es nämlich ebenfalls. Ihr könnt hier einen Rucksack craften für die Gewürze, damit ihr gucken könnt, wie viele, ja, welche Gewürze ihr habt und so weiter. Hier gibt es verschiedene Arten. Also ihr habt hier Kaffeebohnen und Kamille und Weizen und Zucker und was weiß ich nicht. Wie gesagt, da kommt noch einiges dazu. Und ja, ich persönlich feiere das eigentlich sehr. Ich finde es sehr schön. Und wie gesagt, es gibt im Server auch eine gewisse Dynamik. Denn in ARK sind die Rezepte doch sehr, sehr mager. Und ich würde so eine Mod, die extrem viele neue Rezepte reinbringt, die aber auch einen vernünftigen Nutzen haben, eigentlich sehr, sehr feiern. Deswegen, hier kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Ich verlinke es euch wieder unten in der Beschreibung. und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Mod haltet. Ich bin an dieser Stelle raus. Over and out. Finch. Ich bin an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.